Ähm, erstmal die Parks nochmal checken hier, beziehungsweise die Kanäle, nein, der war's nicht, der war's, der müsste da auch wieder hin und sisse, dann haut's nämlich nicht mehr hin, ach verdammt. Hm, ach, das ist, das ist doof, das ist doof. Die nochmal weg, weil eigentlich müssen wir ja jetzt hier wieder so und von hier aus dann nach oben. Kann man das nicht irgendwie... Nein, nein, zu weit. Warte. So, wie wär's denn damit? Da kann der Globber nie abfließen. Da fragt man sich doch, wer kackt denn hier in den Kanal? So, da kann man noch ein bisschen... So, ist ganz gut. Dann ziehen wir hinten auch zu. So. Okay, dann dürften wir eigentlich wieder genug Platz haben für ein paar Resis. Ach, hier haben wir jetzt noch die Kleinen wieder. Brauche ich hier auch nochmal Kleine hin. So. Huch, da nicht. Hier und hier ein bisschen beleben. So, Dalle. Jaja, ihr habt da... Ihr habt keinen Anschluss, weil ihr Einbahnstraßen seid, schon klar. Die Straße, die hatte ich mal für eine Brücke auserkoren, aber wir haben jetzt die Brücke da hinten. Hm. Hm. Trotzdem eine Brücke da drüber. Oder noch nicht. Erstmal noch nicht, ne? Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, hier ein... Ein Ding ist... Ein Güterbahnhof hinzubauen. Kostet ja Spaß, denn. Güterzugbahnhof. 60.000. Ja, wir haben eine halbe Mille. Das würde schon gehen. Hm. Dann könnte man zumindest direkt Fracht transportieren. oder transportieren lassen von hier hinten. Direkt hier ins Industriegebiet. Oder wir bauen den hier irgendwie so mittig hin. Das würde ja auch gehen. Ähm... Wo können wir den denn hinsetzen? Güterzugbahnhof. Äh... Was macht der da? Der würde hier zum Beispiel hingehen. Ja, war doof, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder ja? Oder nein? Äh... Obwohl... Doch, das würde sogar gehen. Wir probieren's einfach. Was soll's? Strom, Wasser, ist klar. Jetzt wacken wir uns mal von hier ab. Und Wasser können wir einfach hier mal so und so. Jetzt ist es natürlich Nacht. Nacht ist ziemlich kacke zum Bauen. Oh, hier hinten wird abgegradet sich gerade. Aber es sind immer noch so kleine Kackstifte. Boah, jetzt kommen wieder mehr Tanken. Die hier voll den Sinn machen. Wir haben immer noch Bedarf an Commercials. Ich baue erstmal die Commercials weiter hier. Alter Schwede. So viel Bedarf an Commercials. Die haben ja alle gar keine Waren. Warum wollen die denn hier so wie bekloppt bauen? Naja. Es wird abgegradet. Das ist das Wichtigste. So, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne Tag. Damit ich mal ein bisschen was sehe hier, um den Zug zu verlegen. Damit warte ich auf jeden Fall noch bis Tageslicht wieder ist. Irgendwie haben wir hier ein Verstorbenen-Problem. Warte, warte. Hm, Gesundheitswesenverfügbarkeit. Nein. Krematorium ist es. Krematorium ist doch voll da. Wieso ist denn hier... Wieso sind denn hier überall Tote? Ein Verstorbener. Ja. Da steht doch ein Leichenwagen. Ey. Er fährt rein. Und zack. Ist ja alles gut. Da verkeilen sich die Busse mit den Leichenwagen. Das ist ja auch Herz aller Liebst. Äh, Wasser? Was? Wasser ist alles gut. Wieso hast du kein Wasser gehabt? Ratte im Abfluss oder was? Ja, wird doch langsam. Alter, was kommt denn da schon wieder? Nice. Richtig fette Teile hier. Heißen alle irgendwie komischerweise Residenz? Wieso? Kranke Bürger. Warum? Wieso? Hm, naja. Wird's bald mal Tag hier. Nicht. Huch. Einfach durch den LKW gelatscht. Dieser blöde Mauszeiger. Ich weiß nicht, wie ich den wegkriege. Naja, immer noch besser als das Flackern, was das andere Eltern gemacht hat. Alter, hier ist es aber auch ganz schön laut. Oh, Polizei steht brav an der Ampel. Bäh. Was ist denn hier los? Wow. Das sind mal echt fette Klötze hier. Nice. So, wir haben Tageslicht. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal. Wie machen wir das da hinten? Ich würde ja am liebsten irgendwie daneben vorbei. Ich gehe mal in den freien Modus. Hier mal so rum. Wir müssen irgendwie... ...irgendwie hier so... ...drüberkommen, würde ich sagen. Hier machen wir eine schöne Brücke hin. Äh... Nein, 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 nein. Nicht so schief, bitte. Nicht so schief. Ist ja noch schieber. Nein. Kann ich die nicht gerade darüber ziehen? Hallo, Dennis. Ne, gerade ist... Oder? Ich guck mal von oben. Ähm... Vielleicht geht's ja doch. So, geht das so? Ich glaube, ja. Und dann... Ähm... Hm. Mann, wir haben ja Knöter. Ähm... Ich würde sagen, am besten hier irgendwie links dran vorbei, damit wir hier anknüpfen können, ne? Also von hier aus links, dann hier so dran vorbei. Ähm... Machen wir die auf gleicher Höhe. Wäre ja eigentlich schon cool, ne? Das ist... Upsa. Das ist auch die richtige Höhe dann. Oh, komm ich da durch? Ähm... Nein, da komm ich nicht durch. Ähm... Ich probier's einfach mal. Kommen wir hier. Da ist der Bogen zu groß. Ich probier's einfach mal. Ähm... Ach, der macht die Dinger nur, wenn die gerade ist. Die Brücke oder wie oder wat? Mäh, 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 mäh. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Das hat doch geklappt mit dem Strom hier. Aber das sieht trotzdem schon ziemlich merkwürdig aus. Kann ich das upgraden einfach? Nein. Dann... So. Gut. Weiter im Text. Wie kriegen wir denn jetzt hier so in etwa die gleiche Kurve hin? Äh... Was eiert denn der da so rum? Nein. Nein. Irgendwie muss der... Ne. Eher gerade und dann... Mann, ich will so in etwa die gleiche... Den gleichen Schwung wie die Autobahn hart hinkriegen. Äh... Muss ich da vielleicht... Ja. Muss ich wahrscheinlich... Na, so geht's. Ähm... Und nu? Da müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal die... Ähm... Die Dings hier. Obwohl... Mit dem Strom geht's. So. Und hier müsste es aber dann... Hm. Na. So, dalle. Na ja. Und das hier. Von der Eier. Die Brücke ist noch nicht wirklich schön. Kann man die noch besser hinkriegen? Warte, ich mach jetzt mal Pause, bevor uns da ein Zug reinrattert. Obwohl, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Oder ich müsste hier schon... Hm. Ähm... Ah. Nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Warte, 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 warte. Gefälle zu steil. Aha. Ähm, wenn ich die ein bisschen weiter nach vorne ziehe, geht's, glaube ich. Auch nicht. Wird immer so schief. Na ja. Gut, lassen wir erst mal. Sieht schon ein wenig, ähm... Na ja. Spektakulär aus. Was ist denn das hier eigentlich? Wieso hab ich denn da so eine Straße gemacht? Gibt ja überhaupt keinen Sinn. Hm. Huch. Wieso sind die Dinger jetzt weggegangen hier? So, machen wir hier mal ein bisschen noch so den Eingang ins Dingsgebiet, ins... Was ist denn das mal überhaupt? Warte mal. Äh, nee, nicht Agrarforstwirtschaft war das, genau. Ja. Ich will aber jetzt hier zeichnen. So. Ja. Das haut hin. So, wird die Strecke denn benutzt? Ist der Güterbahnhof da eigentlich mehr oder weniger, ähm... Unnütz? Von hier aus könnte man eigentlich noch irgendwie einen Bahnhof... Na, in die Stadt rein? Naja, noch nicht, ne? Nö, nö. Ich will jetzt sehen, dass da ein Zug fährt. Sofort. Das ist ja auch schön. Jetzt können die Güter direkt bis in die Stadt, ähm... gebracht werden, aber... Die Touristen müssen alle hier noch ewig lang über der Autobahn gucknen. Na... Suboptimal, suboptimal, suboptimal. Aber naja. Was sagt der Bedarf? Der Bedarf sagt... Gewerbegebiete. Ai, ai, ai. Ich glaube aber wieder, wir brauchen Gewerbegebiete, weil die nicht genug Waren haben. Na, komm, ich ziehe nochmal... Ich ziehe nochmal ein paar nach. So. Ne, ne. Lass ich erst mal so. So. Ja, Industrie wird gebraucht. Da baue ich aber lieber Büros. Und zwar hier. Und Resis. Aber da können wir eigentlich jetzt auch mal anfangen, die ganzen Dinger hier nachzuziehen. Wo haben wir denn noch kleine Resis? Hier ist schon alles... Oh, was ist denn das? Hier sind kleine Resis. Da machen wir auch mal große hin. Bäh, scheiße. Obwohl da nicht viel gebaut werden kann, weil da der Park ist. Aber so ein bisschen was. Wird schon gehen. Ähm... Ja, dann... Ähm... So, machen wir hier mal dicke Resis hin. Hier eigentlich nicht. Will ich mir noch ein bisschen frei halten. Hier kann man nichts hinbauen, ne. Ich kann das aber trotzdem mal deklarieren. So, da wird gebaut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist denn das da? Alles Residenzen. Fährt denn hier mal ein Zug? Das waren auf jeden Fall LKWs raus. Aber ich sehe keinen Zug, der hier langfährt. Moment, da kommt einer. Oh, 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 oh. Und? Eiskalt durch. Doch, hier fährt einer. Ach so, warte mal. Ach, shit. Jetzt flackert das. Naja, es flackert ein bisschen. Uh, alter, gibt der Gas. Das ist ja mehr eine Achterbahn als ein Zug, aber... Und da ist er am Bahnhof. Cool. Huch. Wieso verschwindet der einfach? Soldat denn? Kann der nicht einfach rückwärts wieder zurückfahren? Das macht den Ball. So, da ist der nicht wirklich draufhaben. designers' leadsiert die Faungemann und weltweit. Ich verschwindet dem Meistern usually. So, das mit dem Meistern mal erw Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018